Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Adventskalender-Video auf meinem Kanal. Wir machen weiter mit dem Lego Harry Potter Adventskalender. Türchen Nr. 14, da ist es und wir schauen hinein. Was erwartet uns heute? Oh, eine Minifigur! Sehr, sehr cool! Und das ist, wer hätte das gedacht, Hermine, Hermione Granger. Wie klein ist Granger ist das? Und auch sie hat ihr winterliches, schrägstrich, weihnachtliches Outfit aus den ersten Filmen an. Auch mit den kurzen Beinen natürlich, wie sich das gehört, denn die sind ja alle noch Kinder zu dem Zeitpunkt. Hier noch ein sehr kindliches Gesicht, dann die Haare zu, perfekt. Dann gibt es einen Zauberstab in die Hand. So, da sieht man hier, sie hat dann schon einen schönen Gryffindor-Schal um, Gryffindor-Zauberer-Umhang. Und es hat so ein bisschen Wärme eingepackt, weil es in der Weihnachtszeit ist, das Ganze. Ich glaube, das ist auch ein exklusives Minifigur-Teil. Also diese Minifigur in dieser Art ist, glaube ich, im Kalender exklusiv. Genauso wie der Harry und der Ron mit den Pullover. Finde ich cool, auf jeden Fall hat was. Kann nicht so sein, dass es in anderen Sets die drinnen sind, aber ich meine, die wären in noch keinen Sets mit dem Druck drinnen gewesen. Alle drei nicht. Ja. Fokus. Das ist also der Inhalt des heutigen Türchens. Haben wir das Video dadurch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen oben da. Und wenn ihr mich über den Kanal unterstützen wollt, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Dann wieder einen Hinweis auf die anderen beiden Adventskalender-Videos hier auf meinem Kanal. Der Lego City Adventskalender und der Lego Star Wars Adventskalender. Schaut da gerne mal rein. Da sind parallel auch heute wieder dieselben Türchen geöffnet worden. Das ist auf jeden Fall also immer jeden Tag drei Videos. Schaut da gerne mal vorbei. Würde mich freuen. Und so, ich danke fürs Einschalten und bis morgen. Macht's gut, Leute. Ciao.